Das ist Friede Freude Smartphone und hier gibt es eine Neuerung beim iPhone. Das Ganze nennt sich unterstützender Zugriff und ist ab dem Betriebssystem 17 verfügbar. Mit diesem Zugriff kann man Apps und Funktionen sehr stark einschränken und macht so die Bedienung gerade für ältere Menschen sehr viel einfacher. Das Ganze gibt es ab dem Betriebssystem 17. Wie finden Sie heraus, welches Betriebssystem momentan auf Ihrem iPhone installiert ist? Dazu tippe ich auf die Einstellungen. Ich finde hier Allgemein und hier finde ich Software Update und hier wird mir meine Version angezeigt. Ich habe hier die Version 17 und damit kann ich diesen unterstützenden Zugriff verwenden. Bei mir ist also die 17 schon installiert und jetzt zeige ich Ihnen, wie Sie diesen unterstützenden Zugriff hier installieren. Das finde ich natürlich hier in den Einstellungen. Hier finde ich Bedienungshilfen und hier suche ich die Zeile Unterstützender Zugriff. Hier tippe ich mal drauf. Hier unten könnte ich mir noch mehr Infos dazu anzeigen lassen. Ich möchte es als erstes konfigurieren. Ich tippe hier also auf Konfigurieren. Ich tippe hier auf Fortfahren. Hier könnte ich noch eingeben, für welchen Nutzer ich das konfiguriere. Ich mache es jetzt hier nur für mich und tippe damit auf Fortfahren. Als nächstes wähle ich mein Erscheinungsbild an. Ich kann hier Zeilen oder Raster auswählen. Ich bleibe hier beim Raster. Das finde ich ein bisschen einfacher. Damit tippe ich hier auf Fortfahren. Und jetzt wähle ich die Apps an, die angezeigt werden sollen. Also ich möchte natürlich den Anruf mit allen Kontakten. Dann möchte ich die Kamera und zwar mit Foto und Selfie. Was möchte ich noch haben? Nachrichten möchte ich haben. Auch für alle Kontakte. Fotos möchte ich natürlich auch haben. Hier könnte man eben auch geteilte Alben anzeigen lassen. Das bräuchte ich nicht. Und jetzt gehe ich hier noch ein bisschen nach unten. Und hier weiter unten finde ich auch noch alle anderen Apps auf diesem iPhone. Ich lasse es erstmal damit und tippe hier auf Fortfahren. Hier gibt es noch ein paar weitere Informationen. Auch hier tippe ich auf Fortfahren. Hier werde ich nochmal darauf hingewiesen, dass ich mein iPhone per Face ID entsperren kann und dass der Code aktiv ist. Diese Einstellungen könnte ich hier nochmal ändern. Ich lasse das alles so. Tipp auf Fortfahren. Jetzt muss ich hier noch einen Code festlegen für diesen Zugriff. Ich nehme jetzt hier einfach mal 1, 2, 3, 4. Den muss ich nochmal wiederholen. Hier könnte man jetzt noch eine Apple ID festlegen, mit der man diesen unterstützenden Zugriff beendet. Ich lasse das jetzt und tippe hier auf Später. Wenn ich die Seitentaste hier dreimal drücke, wird der unterstützende Zugriff beendet. Ich tippe hier auf Fortfahren. Und ich möchte sofort starten. Deswegen tippe ich hier auf Jetzt verwenden. Und bekomme den Hinweis, dass ich dazu die SIM-PIN ausschalten muss. Deswegen tippe ich hier auf Später starten. Gehe jetzt hier zurück. Und noch einmal zurück. Gehe jetzt hier ein Stück nach oben zum Mobilfunk. Tipp hier einmal drauf. Und hier finde ich SIM-PIN. Tipp hier auf SIM-PIN. Und die SIM-PIN, die schalte ich aus. Dafür muss ich die PIN-Nummer jetzt noch einmal eingeben. Und damit ist sie aus. Jetzt gehe ich hier wieder zurück. Und noch einmal zurück. Gehe jetzt hier weiter unten wieder in die Bedienungshilfe. Gehe hier nach unten zum Unterstützender Zugriff. Und jetzt tippe ich Unterstützender Zugriff starten. Jetzt muss ich hier diese PIN eingeben, die ich festgelegt habe. Und damit wird jetzt dieser Unterstützender Zugriff gestartet. Und das ist der unterstützende Zugriff. Und hier sehe ich nur die vier Apps, die ich ausgewählt habe. Also ich wähle die Kamera. Damit wird die Kamera eingeschaltet. Hier gibt es auch nur zwei große Tasten. Foto oder Selfie. Ich tippe hier mal auf Foto. Und hier eine große Taste, um Foto aufzunehmen. Hier unten geht es zurück. Und noch einmal zurück. Um diesen Zugriff zu beenden, muss ich jetzt dreimal auf die Taste drücken. Ich mache das mal. Eins, zwei, drei. Und hier tippe ich auf Unterstützender Zugriff beenden. Jetzt muss ich den Code noch einmal eingeben. Und damit wird er wieder beendet. Das ist also der unterstützende Zugriff, der die Bedienung eines iPhones sehr viel einfacher macht. Wenn Ihnen meine Videos gefallen, dann freue ich mich, wenn Sie unten auf Abonnieren tippen und beim nächsten Mal wieder reinschauen. Tschüss!